freitag habe samstag gesagt ich glaube samstag habe ich gesagt freitag heute bevor wir es wovon ich vergesse wovon nachher wieder weniger es wäre weniger werden wir es werde jetzt immer ein bisschen mehr immer sonntag gibt es kein stream also wird das der einzige stream diese woche sein ich habe ja gesagt dass der der august ist ein little bit scheiße ich freue mich wieder auf den september da ist ja alles ein bisschen ruhiger also sonntag kein stream das heißt das ist die einzige stream hier erst mal schämen schämen und nie noch ein bisschen mehr starke die nahmen zusammen nament die auch messerlob drei morte Dankeschön das ist das Werte hier drei Wochen lang Pause Art Pause ich muss ganz ehrlich sagen oh mister von fans einen guten abend habe ich die eigentlich hallo gesagt eben weiß ich gar nicht ich glaube nicht sag mal was benny okay manchmal manchmal spinnt das mikrofon ja und ich wollte was sagen schnuffe dankeschön für die 100 bz ht 100 ht 100 bevor der schnuffe wieder postet eine frage an euch wer guckt von euch das pokercraft let's play einfach mal plus bitte in den chat hrs haare wachsen schnell nach hallo im lünchen dingsburg so schön akuma schön akuma guckt das mache ich finde das sehr schön dass akuma das auch guckt für dex wo kommt denn her wer gibt mir sowas auf die schulter zu haben plus 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 minus little dreamer warum nicht das macht echt ich muss ganz ehrlich sagen im moment macht mir pokercraft also mein du bist gerade vorbeigeflogen oder oder gibt es Regen wenn die tiere fliehen ne das war ich ich probiere gerade mal den tropeo aus geil oder wir zehren uns ein tropeo erstmal dann lieber ein feuerjuti oder ein feuerjuti wäre auch nicht schlecht ich will lieber erstmal so ein quetzal haben damit wir so ein base drauf bauen können wovor ich es vergesse also das das pokercraft also pokercraft für die leute die nicht wissen was das ist das ist minecraft mit der mod pokemon also pixelmon das ist ein mix super cool ich muss ganz ehrlich sagen es macht mir im moment viel mehr spaß als arg an die herzog dankeschön das macht mir viel mehr spaß das macht richtig viel spaß und das coole ist wir sind jetzt bald bei folge 100 also es ist jetzt in minecraft auf meinem kanal bei minecraft pokercraft eben das erste mal folge 100 und da gibt es ein schönes special hast du keinen bock die ganzen 100 folgen zu gucken guckt euch folge 100 an das wird eine lange folge sein eine special große folge und es wird ultra lustig es wird ultra lustig blue dragon hallöchen guten abend kommt mit den videos nicht ganz hinterher ja die laufen ja nicht weg hallo sancho nein ich bin kein verräter also ich glaube nach über 1000 1000 videos über 1000 videos und drei fast 3000 spielstunden arg kann man ja mal sagen das war das mal das spiel langweilig wird nein langweilig wird es nicht ja da hatte ich gerade auch probleme hallo wo geht er nicht aus das habe ich gerade auch ja der muss ich voll bangen ich bin hast du C gedrückt ne ich habe erst der AG gedrückt gerade und dann ist der voll wo ist man ja das ist bei mir gerade auch passiert was war das denn denn ich hab noch ein bisschen Angst gehabt wenn du aus der ähm Dings aus der Mapbeck dazu wieder rausfliegst so hoch wie das war ich hab auch gerade gedacht ich fliege gerade aus der Karte raus meine herrne also so ein Feuerjuck die können wir uns so ziehen weil Quetzsattel also Plaschfumm sattel kann ich nicht da habe ich nicht das wäre gibt es eine Lantentaste die er heute braucht oder sowas ah ok schnuffel dankeschön was war das denn der ist bei mir gerade irgendwie zigtausend meter in die luft geflogen beim landen gott like guten abend wir brennen die starten ab genau leuten an bär dankeschön elf monate noch ein ein monat und dann bist du ein jahr hier 1 happy dextro 1 happy dextro 1 happy dextro 1 happy happy siehst du mal akuma hat es gerade geschrieben sie hat sich ja äh beim beim minecraft also pokecraft letzte hatte sich ja so gesträubt ihr wollt ja nicht mitspielen nein minecraft ist mein spiel nein 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 immer das gemecker und gemoser wir haben sie dann so lange bearbeitet und 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 jetzt spielt sie mit und irgendwann ist sie wieder mein koffer diese wieder pokecraft ist er wieder pokecraft so ist das also einfach mal reingucken voll lustig man sieht auch nach der zeit die ganzen blöcke nicht mehr das ist alles was anderes also ich bin bereit ich habe ich bin voll ich habe hier eine fette knarre sehe ich gerade warum auch immer warum bin ich noch so gut ausgerüstet bin dass 7000 meine ach so wir werden das ja wieder rausgefischt aus der lava wir brauchen nur was zu fordern ich habe leider nichts mehr im kühlschrank ist bei mir bestimmt alles vergammelt aber ich kann ein bisschen narkopästchen mitnehmen und tote tiere habe ich auch schon wieder hier man hat bis dann muss man ganz muss die klimaanlage unterstellen es ist so ist ein bisschen warm gerade aber schnuffel dankeschön noch mal hier ganz viel ja auch nein 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 hat ihn 100 hatte ihn 100 hatte ihn hat die 1 party 1 hd 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 1 meinem fliegen oder so mit getrennt fliegen ich glaube wir machen erstmal getrennt dann kann man wir brauchen noch zum zähmen party 1 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 party Ach so, hier gibt es doch auch welche, oder nicht? Ne, nur auf Kristel. Ach, nur auf Kristall? Nur auf Kristall. Dann gehen wir zum. Lurg. Tschüss. Tschüss. Ich wollte gerade 3.000 Mal Tschüss sagen und du stehst bestimmt schon da hinten am Ark und traust du gerade noch eine Zigarette. Ach, da kommt der ja auch nochmal. Endlich ist er da. Das lustige ist, es sieht so sch... Oh, wow. Gerade voller Leck. Ach, okay, die Base ist hier unten. Ähm, wo? Ich wollte gerade sagen, ähm... Mann! Ähm, Baum. Oh, das leckt hier. Hat hier jemand so etwas Riesengroßes gebaut? Das muss erstmal alles aufgebaut werden. Oh ja. Oh ja. Oh ja, es wird langsam... Lego... Das ist hier mein, äh... Lego Stop Motion. Wie das aussieht. Bip, 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 bip. Aber so groß ist es gar nicht. Aber ich war zu schnell. Ist das Metallstrukturengebäude hier? Ne, hier ganz unten beim Ark ist noch ein paar andere größte Gebäude. Aber wenn du so schnell angerast kommst, dann kriegt das der Rechner ja nicht drauf. Oder nicht... Nicht hin. Tu mal zu schnell. Oh, ich wollte gerade sagen. Hier wartet noch... Hier wartet noch... Hier wartet noch jemand auf sein Besitzer. Schon mal gesehen? Ja. Das steht aber schon. Ewig. Das Ausgabe... Alles alte Ding hier. Ich gebe mir nichts zu essen. Dein Dings muss aber hochladen, ne? Ja, sie konnte ich muss man zu ziehen. Ich muss einen Bären geben. Ich muss einen Amt hier Bären geben. Sei nicht so ein Unding. Mensch. So locker. Und hier kriegt Narko-Bären, damit ihr das hier so bittig hören. Es. Wie geht das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Aufgehen, Creatures und dann... Naja. Spinat mit Blub. Creator hochladen. Muss er was... Hab ich was da drin? Muss das raus alles das ganze Zeug? Das fällt in der Tasche raus. Also du kannst es auch hochladen. Ich vergesse das immer. Was haben wir denn da drin? Hoffentlich nicht so viel. Was nicht schlecht ist, weil ich hab gar kein... Ja, nimm mal mit. Perfekt. Ich nehme mal hier die Schuhe. Ups, die Schuhe mit. Und die Flasche. Und die Flasche. Und die Flasche. Und die Flasche. Und der Rest... Der Rest ist Müll. Boah. Scheiße. Komm, 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 hier. Komm, hier lassen. Okay. Uh, da kann jemand... Wer war hier? Wolltun hin? Bloß grad trinken. Ach, ich wollte gerade sagen, wo wirst du mir jetzt hin? Wolltest du mich alleine lassen? Hast du das hier mitgenommen? Das sind die Sachen von dir. Das ist Müll. Brauchst du echt nicht? Aber hier ist noch ein Werkzeugteil. Das hat Buch und Fackel. Und noch was ist noch. Das ist von dem Dings noch. Von der Höhle vom letzten Mal. Entfernt. Ja. Weil wir tun das aus Server. Boah. 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 Hallo, das ist nicht alles mit. Ja, aber du Kunstbanausel. Jetzt steht das in der Mitte. Ja, genau. Das war es ja immer. Transmit. Wo geht es denn hin? Crystal Island. Wo geht es hin? Crystal Island. Ich gehe mehr... Überlegen. Beitreten. Okay. Whist. Ciao. Ciao. Hallo, meinst du? Nein, mein Ort. Nein, mein Ort. Nein, mein Ort. Mein Ort. Lol mio. Ist das richtig so? Ein schönen guten Abend. Wir natürlich auch. Wenn ich irgendjemand nicht begrüßt habe, bitte einfach nochmal schreiben. Ihr seht ja, ich bin ja gerade total gestresst. So lange wir jetzt nämlich gerade laden, habe ich hier erstmal mein Kinderbier. Oh, ich musste, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Benny. Ich musste den ganzen Tag an das schöne hunderte, hundertste Folgen Special denken, weil es einfach super war. Ja, das hat mir echt Spaß gemacht, ja. Hate Machine, hallo, ich ein Hate Machine. Das hört sich böse an. Wo gesehen? Ich habe jetzt noch irgendwo da. Wette, oder? Ja, mehr Scherbetten. Also ich würde eher lieber, ich weiß nicht, wo wir am besten zu... Wir müssen halt in der Nähe von einem Arker wissen. Ich habe keine Ahnung, wo die Arks sind. Also, ganz ehrlich, ich würde lieber im Crystal-blauen Startergebiet landen. Da ist es eher wenigstens ruhiger. Wenn wir es im roten Gebiet... Ja, das ist nicht gut. Im roten Gebiet gibt es dafür aber direkt eine Luft. Äh, in Arken. Ja, aber ich glaube, dass die Betten sind nicht genau da. Die Betten sind nicht da, glaube ich. Zick, mir geht's gut. Wie geht's dir? Hallo, Luna. Bei mir sind gar keine Betten. Wie, wieso? Wenn sie mir... Wir sind nicht in einer Tribe. Dann spawnen mal bitte... ...im Crystal-Island, äh, Crystal-Gebiet ganz unten links. Ja, South-West ist das. Der eine Shotgun. Prinzessin Lea, allüchen, guten Abend. Dann die Back, oh! Ich bin direkt neben der Falle gespawnt. Ich bin unter dem Bett gespawnt. Unter dem Bett im Wasser, wow. Hältst du sie mir raus, oder wie? Dort, dort, zum Glück, oh mein Gott. Huh? Hä? I don't know. Voller Bug. Voller Bug, ich war gerade unter Wasser, jetzt bin ich wieder über der Wasser, über der Wasser, über der Base. Ah, so, ich bin bei der, bei der Base, bei dieser megacoolen Base, ähm, megacoolen Base eben. Äh, ich hab keine Ahnung. Hast du Koordinaten so in etwa? Ja. So in etwa, wenn die Karte geladen ist. Oh, ich geh mir erst mal da vorne den grünen Boot holen, oder dann kann ich auch mein Tier runterladen. Hallo Nell. Frisch von der Arbeit, 29 Grad. Hast du keine Klimaanlage bei dir? Ich weiß ja nicht, was du tust. Beruflich, ähm, ich bin, guck mal auf die Coordination, ich bin bei 78, 22, 23, 78. Oder, zurück. Was hab ich, komm nicht mal abholen. Hast du da ein Tier, oder was? Ich hab die ganze Base voller Tiere hier. Sind schon die? Also ich komm gleich zu dir. Ich hab meine Höhren. Kann ich abholen. Weil ich hab ein grüner Drop direkt bei mir. Ah, hast du schon gemacht? Okay, super. Na, ich fliege mal hier noch rum. Ich fliege mal ein bisschen rum mit den ganzen Tieren, die also mit den Tieren, die hier sind. Oh, geil. Voll die geile Base übrigens. Aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass sie hier in so einer Ecke war. Oder wurde die umgebaut? Sieht irgendwie umgebaut aus. Hatten die nicht in dieser Base nicht auch so einen Transmitter, wo man sich, wo man zum Boss rüber porten kann oder sowas? Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Dings, Gerät. Oh, das ist nicht meine Tiere. Das ist ja ganz level. Das ist eine Base mit zwei Millionen Wildern? Mhm. Ja, welch da? Wo bist du denn? Das davor. Ist das eine Base unter so einem weißen Stein-Formations-Dings-Gerät? Ich bin dabei, so ein Stein-Formations-Ding. Nee. Ich sehe dich nicht. Base, bau dich auf. Noch eine mit einer Industrie, die Bronze gefärbt ist. Nee, bei mir in der Base, äh, bei mir neben der Base ist hier so ein Cube. So ein, äh, äh, schwerer, äh, so ein, äh, so ein, ähm, ähm, so ein, ähm, so ein, ähm, so ein Schiefer Cube, der bei mir neben dem Haus im Wasser steht. ja ja ich warte nur bis der benny mich abholen kommt weil das ist ja nicht meinen wir waren hier die möchte ich jetzt nicht gerne nutzen wo bist du denn gerade mit welcher bei welcher ja ich glaube ich bin ja das ist es fängt gerade zu lenken da baut sich etwas auf naja da kommst geflogen okay cool ich pack dir mal schnell wieder den hier in den dragon den dragon also rote gebiet oder so achten das war schon angeschossen du bist ja gar nicht mal nach meiner 3 3 kann ich überhaupt einladen das ist jetzt der question wieso bist du wieso bist du hauslich in meiner treibe aufgrund hallo du musst du musst du musst ich glaube ich meine zwei bereiche ich kann dich nicht einladen vorst mal den den treibend hier und nämlich das jetzt noch mal alle makrele hallo so makrele die heißen dings von uns genau jetzt christian für sechs monate wir kommen 23 ich komme bei dir hoch hallo hallo grüßt wie geht's dir oh mein gott und sag ich bin zu schwer 182 was hast du ich bin ein bisschen voll ja was kann ich noch ausschmeißen ich bin doch gar nicht so schwer also in der tasche habe ich nichts was schwer ist oder da vorne ist ein tec transmitter ja genau das meine ich doch das ist ja das ding 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 das gerät das ding ja auch hier oben drauf da man sieht das aber dieser große leuchtende straße wo ist das ding das ding ja okay wir kommen hier hoch ich weiß es nicht wo ist der eingang wo ist der eingang auch kein sattel okay ich wollte gerade mit dem mit dem türde kollegor einspringen ausgerechnet bin ich bin jetzt hier einmal online kurz und dann regnet es direkt wieder entsperren dein name klingt böse hate machine du hast doch hate im namen verschließen entsperren da komme ich daran bin code festlegen entsperren abreißen ff drauf drücken ne geht nix jonesch kannst du doch angehen ja ich kann auch keine technik download wieso kannst du da rangehen wo guckst du hin mir geht nix ich kann das nur entsperren und entriegeln verschieden verschließen und abreißen aus ich kann auch nicht das ich drücke einfach wenn ich drauf gucke eft aus an die ich kann auch nicht dran kommt fliegen wir uns mal ganz nach hause nach ganz kurz nach hause ist gut nicht nach hause doch dings können wir gar nicht kommen wir gar nicht hoch ich habe nichts was noch baut hat du willst für die falle meinst du pass auf da machen wir das anders wo ist das grüne argdings ich glaube davon die richtung okay pass auf wir machen das anders einfach kurz mit meinem kommt nicht immer mit dem anderen mit dem kurz dorthin wo ist der arg wissen wir den hier wenn ich auch noch vorgott sagen ist eine riesengroße eidex oben auf dem dach sein die haben wir essen echt und space war hier oben drauf ich bin schon unterwegs ich habe immer drei kurz ausgeliehen wo bis jetzt zwei wichtel zum arg aber irgendwie dass der wirklich so nah ist das ist der nächste gab sie keinen hier in dem gebiet ich glaube nicht voll weit weg ist es lieber zu dem einen gut ob der in der nähe runterkommt wo sie ist hier ein aber da hinten oder das talent hier dass wir das so wieder zurück stecken ja der troppe ist so geil ich komme ich ab über überholen landen 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 auf der x packen ein ja das nicht draußen wird mit dem kalt so ich würde sagen ich habe auch nicht da dran ist wo ist er jetzt jetzt flying ich muss also ich sage ich hätte da irgendwie mehr bock als so ein tropp tropeo ich meine jetzt tropeo zum fliegen aber egal du hast alles eingepackt bringen wir kurz wieder zurück jetzt doch dein tropeo mit dem bist du deine das ist deine das ist deine den schenke ich dir doch du ich hab doch deinen zerstört nach dem erst wenn ich kommt an hey guck mal im tropeo was habe ich damit gemacht dass er gestorben ist und und das ist berg runtergefallen und er wollte nicht losfliegen beim fall stimmt ich bin nicht wieder fliegen der heute nicht mehr fliegen die ist einfach runtergefallen wie so ein stein und dann ist auch der der hallo dann ist auch der 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 raptor hat den gekillt der raptor habe ich sogar level 16 oder sowas ne so ein lob wir könnten aber auch die irgendwie ist das glaube ich bin ich zeitlich das gerade geschrieben hier ist auch das schiff das flugschiff steht es hier irgendwo rum ja ist das hier wo achten das würde ich aber nicht nehmen weil die dinge sind recht toller aber hey oh sorry boi hallo guten abend ja klar ich habe das in der gräber als freigeschaltet deswegen kann ich dieses den transmitter noch nicht nutzen auf ins rote gebiet auf ins rote gebiet ich folge du metal spielt vorgeist ich will auch heute vorgeist noch mal spielen kurz weil morgen können morgen können wir nicht vorgeist spielen morgen ist wieder die grounded session aufnahme session da oben ist ein tropio links über dir 80 wer gar gar nicht so schlecht und auch keine jetzt auf die schnelle herstellen vor allem wenn du wenn du alleine flaschen wie schnell du weg bist und so wollte ich dann einmal so ein sturzflug machen hat sagt habe ich nicht wieder eingeholt ja dann ja noch ein bisschen schneller ja geht doch mal die pfütze lecken wir überrühren das wasser warum für die leute die mir bei instagram folgen habt ihr es ja mitbekommen ich habe ja bei instagram gepostet ich habe mir ja die zwei videos gekauft liebling ich habe die kinder geschrumpft ach super cool also den ersten teil habe ich jetzt geguckt das ist gut gealtert und trotz also was heißt gut gealtert gut gealtert das heißt wenn man sich den film der ist von 1989 wenn man sich den jetzt anguckt voll gut man merkt natürlich dass das alles eine riesengroße Szenerie ist dass sie da nicht wirklich auf dem Rasen sind dass man nicht denkt dass man da wirklich dass die auf dem Grasen rum oder unter dem Rasen im Rasen auf dem Gras im Gras rumrennen wie das Spiel grounded und aber es ist voll gut gemacht verdammt gut und ich mag den Schauspieler ich weiß nicht wie der heißt keine Ahnung der mit der Brille der Schlaumeier der Erfinder ich weiß auch nicht der hat ja auch mit Spaceballs gespielt dem ist da Mr. Helmchen Lord Helmchen wir möchten die Wüste durchkämmen super cooler Film richtig gut beste Szene ist immer noch wo die den riesengroßen Keks im Garten finden boah so ein riesen Keks stell dir immer vor wir haben schon lange nichts mehr bei Grounded runterfallen sie dann essen Grounded runterfallen sie dann essen? ja in den ersten paar Folgen wo wir unsere allererste Base aufgeschlagen haben war doch erst so ein Apfel ach so ein angeknabberter Apfel und danach ein Hotdog ja aber das ist in diesem einen Gebiet immer in diesem einen Gebiet fällt darunter nur in diesem Gebiet der wechselt zwar aber ist immer das gleiche immer das gleiche Gebiet das wechselt nicht das wenn die vielleicht irgendwann mal ändern müssen ja irgendwann sollte es ja auch mal regnen ja wie bist du tatsächlich weitergeflogen? ne ich muss kurz zwischendern bist du denn aber ich war grad hinter dir du bist schon wieder weg du warst hinter mir? hier ist eine Falle übrigens bist hier unten? bist du das? ne ich bin oben in der Luft wer ist denn das hier? moin moin ich kann aufheifen oh nein es war die falsche Taste ach da unten bist du und Ameisen reiten genau voll gut oh schön natürlich oh wie es war ja es war ja es war ja wie das gelesen ich habe einen guten Abend hier natürlich auch halloa wie riesenkeks was auf akku mal was geschrieben zum keks habe ich nicht verstanden wo was wie ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht irgendjemand hat noch mal links wir müssen uns erstmal namentlich kennen oh namentlich kennenlernen dann ist alles wieder dann ist alles alles knorke ja die sind ja genau am vulkan dort hinten du wirst ein jut hier haben ne? ich gerne erzählen wir die ich finde die echt gut du bist eigentlich schon hier sein oh eine Motte wir könnten eigentlich mal eine Motte zählen machen können wir nehmen bald auch mit machen nein man sieht es auch hier ist zum Beispiel wir haben doch genug genug Motten hast du schon mal hoch und schleppen zwei stück sind hier wohl jetzt nehmen drei stück sind hier drei stück hier unten ach der eine der blaue so leftig aus ja der ist ah der W40 der W12 der kommt noch nein schon die habe ich doppelt gefehlt was ist der mit seinen komischen pinken 112 wo? ehrlich? der da hinten ganz weit abseits steckt mit seinem pinken Stückchen der ist 112 Aschi dankeschön für das Abo Prime so eins und null jetzt hör auf wir gehen die Warte fliegen ähm wollen wir die anderen erstmal killen ja? ja hab grad schon angeschossen einfach пятig gut so du ja du du Bis zum nächsten Mal.